So, ja, völlig entschlossen grinst sie hier am Interviewtisch. Warum? Ich habe gerade den Klassen-Sieg geholt, der Bikini 3. Jawohl, herzlichen Glückwunsch erstmal an dieser Stelle. Bikini-Klassen immer sehr, sehr heikel, schwer zu bewerten, viel Konkurrenz. Macht das Angst oder motiviert das und man will da richtig Gas geben oben auf der Bühne? Es ist immer schwierig, also man kann auch nicht immer ganz so Gas geben. Ich bin jemand, der etwas mehr Muskeln hat, ich muss mich oftmals zurückhalten. Heute war das mal nicht der Fall, das war sehr schön und mir hat sehr viel Spaß gemacht auf jeden Fall. Trotz mehr Muskeln bleibt Bikini deine Klasse oder tendierst du irgendwann mal vielleicht Richtung Physik? Also ich finde es eine wunderschöne Klasse, ich finde die unglaublich weiblich und das ist mir auch sehr wichtig, auch im Alltag. Und für mich kommt keine andere Klasse in Frage, ja. Ja, Klassensieg, ich meine, das ist natürlich ein Statement. Die Frau werden wir öfters bei den Bikini-Damen sehen. Wir wünschen dir heute noch einen wunderschönen Aufenthalt hier in Bochum. Dankeschön. Viel Spaß heute Abend und wir gucken mal, wen wir gleich vor die Kamera kriegen. Dankeschön. Danke.